johann und willkommen mein name ist an die europä und ich bin mittel mario master und wir wissen euch zurück zum mario party ja jetzt mit den anderen mit den nächsten zehn runden auf peach geburtstagstorte da die runde bis dran und ich würde es ist keine zehn das kann ich mir erscheint nicht zu passieren und vario muss die runde aussitzen hat noch nicht gemerkt der part bin ich hätte gerne die zehn münzen vom verletzbilder war jetzt jetzt komme ich zu tot und ich kann mir ganz sterne und so eine scheiße ich will aber mehr ich wollte auch grün bleibt kugelchaos das hatten wir noch nicht müssen das das ist das versuche die anderen spieler mit deinem ball ins meer zu stoßen benutze den kontakt zu steuern schiebe nicht nur wenn du ausweist es könnte dir in der schule könnte ihr schwung die anderen direkt ins meer befördern ja ich kriegst du niemals klein willst du mir aus was passiert mich wirst du niemals los der unendliche kampf zwischen den superbrüdern wer würde ihn gewinnen dann wollte ich die ganze zeit machen aber leider ja wenn ich schon keine münzen bekommen sonst keiner bekommt wir haben noch viel mehr und ihr könnt sie alle ausprobieren hast du jemals schon mal so viele matratzen gesehen was glaubst du wie viele sind das nur zwings bieten angehalten ja er tut pausa eigentlich bei diesem party einladen ja wer denn wenn du mal einfach nur eine entspannte partie haben da kommt einfach so fett aber leider kein geld kein ein geld ein geld schon wieder das mit den pilzen die haben die mit den farben da meist dann nicht pilzen baden durcheinander oder so aus dem weg dann bei direkt vor mehr das ist keine pflanze hier pflanzen auf der männlichsten farbe der welt einfach seine geliebte jetzt zu gewinnen moment mal du kannst du kannst doch an der pflanze pflanzen oder 60 müssen möchtest du ein erdbeer stoff lassen ja warum ist die blumen nicht schön ausgezeichnet dass meine strategie jetzt du bist ja ist dahin ja ja wenn er ist dahinten barrio pop ohne gesicht der vergrabener hat erneut die partie sind wir tun die ganzen tutorial zu überspringen ja wenn wir die spiele schon kennen kommen wo ist der vergrabener schatz was soll man dagegen machen ich habe es einfach glück gehabt habe ihn gefunden dass wenn ich jetzt sofort da hingegangen wäre ich hätte nie erreicht meint es nicht erscheint nichts zu passieren mehrere leute hier ganz netten sterne aber natürlich gut ja aber leider habe hab nur ich ein stern nein ich möchte kein erdbeer strauch weil man kann mehrere pflanzen ja man kann man kann nur so viele pflanzen wie man möchte also jedes ereignisfeld beinhaltet eine pflanze das ist ein ganz hervorragendes bonus spiel viele münzen und truhen schwimmen vorbei drücke den control stick um die leine auszuwerfen und drehen ihn zum einholen wir schnipsen leine auswerfen dann drehen um sehr weit zu werfen drücke den control stick stark um einen kurzen wurf auswürfen drücke den leicht es gibt halt leicht mittel und weit ach gott warum stehe ich da hervorragend ist gezeichnet ausgezeichnet nicht der gute sack ich glaube war überhaupt nicht aber gehört gar nichts und viel habe ich den gefangen war ein dach ist sich alter also ein bisschen noch bei mb ja gut okay ich habe drei throne und eine münze gefangen ein land gestanden land gezogen ja ich liebe fischen ich war ich war noch nie fischen wo ich lebe ja ich wohne am wasser also da kann man relativ gut fischen kann man nicht leisten man denn da er 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 gnadenlos ja gnadenlos nein noch eine pflanze und werde niemand sterne kannst du nicht mal sterne klauen weil niemand schafft ja wie ein stern zu bekommen ja das ist halt das ding alle gegen patch ganz links ist nicht aufgarten das geht für mich viel zu schnell das geht sogar nicht wie sie die voll gut darin ja du vierter bist auch bis wir kommen es gibt nur fünf runden lasst man sehen wie sie es raus ich bin erster zweiter patch dritter wort rekord letzter josh und du glaubst dass wir zwei platzierte ja irgendwie schon ja 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 wir wissen die wahrscheinlich ganz total noch schaffen ja ich komme jetzt erst mal ein bisschen geld ja und erst mal beim gedächtnis training vielleicht hast du ja glück und triffst nicht sofort die browser platte ich wünsche dir jedenfalls wie glück und ich glaube es ausgezeichnet sehr schön so muss wirklich sehen dass wir das 30 oder so bekommen mal dahin es passiert auch immer nichts ich will nicht zu einer pflanze pflanze tut nichts du hast kein stern aber hier noch nicht mal weg der exklusive bomb ich glaube ich bin hat ja so ziemlich geben den bomb schnell mit an jemand weiter bevor er explodiert der bomb wird größer und größer und größer bisher schließt die jetzt müssen auch hier in die richtung wählen und dann ich will aber nicht heiße klopfen spielen was macht ja du musst schon werfen ich will sie dich ich hatte nie eine frage ich glaube dafür für sich leicht betrogen er hat sich mario party ausgedacht meine kranker person hat sich mario party ausgedacht möchtest du darüber reden man kann doch über alles mein bester iran jahr verfolgung gerade was zu verprügeln wiederholt b um der piramia felsen soll kommen die spiele auf der wolke füttern sie durch stamm attacken solange regen auf die piramia felsen fällt wird sie größer und kann weiter springen okay allein hast du das gesehen ja voll überhaupt nicht unfair über mein geld genommen die zunge der schnauze was machst du jetzt es wäre jetzt ein ding wäre wenn er jetzt bau so ziehen würde oder jede wäsche blaues schmiede bau sagt da gibt es nicht kann ja nicht wahr sein so soll noch ein stern ja doch wir den gerne behalten plus block er weiß was am ende noch passiert ja wir haben wir haben zu schauen und erfahrt was am ende doch so passieren kann seine sterne bedeutet noch nicht ich weiß jetzt in welche richtung ich drehen muss jetzt schiss jetzt jetzt kriege ich panik ich werde aber nicht weichen nicht von ihr und deinen zwei anderen komparen und mein jung ist eine bauchmuskeln war jetzt so ja wie kannst du überhaupt reden wurde es aufgefressen ist mario number one macht nicht besseres als zeitverschwendung ich will die ganze zeit pflanzen anbringen ja ich will keine pflanzen gehe weg ich kaufe nix definitiv nicht den investitionsstern ja ich erinnere mich ja daran an mario party acht und diese monopoli über super es ist der gewinn das ja immer noch den stern holen jetzt in der letzten rolle eine hohe zahlwürfel dann ja wahrscheinlich letzte nächstes jahr dies ist so gut ist jetzt auch marius big band und man diesmal vergangen ist aber nicht darf diesmal nicht verkacken dieser trommel in der trompeter wir präsentieren die kassen 4 ja lust tot ich bin voll aus dem takt gekommen aber ein wird den letzten habe ich hoffe es gewonnen wenn ich so aus wie die meisten kommen warum habe ich mal bekommen ich habe einen verpasst am ende ich habe nur ein einzigen verpasst ok ja ich habe am ende sehr viele verpasst wenn ich berechtigt so wieder ja immer für den stern kaufen sehr wendloses brett bin ich ja irgendwie passiert ja nix ich kann sie sich kapitel stellen und nicht mehr leisten also ich komme noch nicht mal dran kommt mich als zeichen der blauen nehme ich jetzt blauen samen mal sehen ob und wieder browser ist ist das euer ernst man ist aufs bausafeld nein also zu ist das euer ernst man muss eine runde aussetzen moment es gibt keine nächste runde das nächste spiel aussetzen ja stimmt das recht kugelchaos ja dies ist das nächste brett aus kampf nummer 2 kampf nummer 2 kampf nummer 2 damit er war ja dann wird er jetzt du an hoffe ich nehmen wie wenig du nimmst lang lebe der joshi kriegt er nicht da runter kampf nummer 2 long live der josh nein verdammter dreck sind sehr nah das gibt es da jetzt einfach nicht mal das spiel zum bankers er kann es ja gar nicht gewinnen ja ja die gewählte runden sei es ist darüber werden ich habe als einziger ein stern wurde nur eine vergeben der beiden namen trägt als andere der spiel stellen wen geht der der geht ab damit dass gewonnen dass wenn jemand aber eine super ja wer bekommt der eigene stern ich auch super fähre spiel so der superheld ist mario der einzige person mit sternwert hat gedacht ja ich hätte es nicht gedacht dass ich alle bekomme ich dachte der eigene schnell wieder mal an jemand anderen gehen so was passiert ist auf diesem brett das war doch gewicht oh mein gott der kuchen brennt ja er brennt und ich werde noch nicht mal eingeladen weil das mit dir passiert und du machst das schlechte ich werde hier gefressen ist klar du hast das schlechte spieler auf diesem vertrauen kicken wir dich noch nach während du unten müssen ja nicht mal ein trostpreis oder so ich werde mich bedroht und so eine kleine satt ist schade spiel ja sowieso wenig das hat dieses das hat dieses kleine dieses erste mal hat er auf jeden fall an sich und wir kriegen noch viel zu den münzen werde ich mal die sterne die ich bekommen habe da reinsetzen jetzt haben wir neues untergrundbild das hier das mag ich ja drück mal start damit wir ins haupten wieder nach tod city kommen und dann geht es im nächsten part weiter mit dem nächsten brett ja dann läuft alles anders ja alles läuft an das dann ja so wie